Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Parklife DLC hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind gerade über unsere neue Insel rüber geflogen. Das ist ja nicht nur eine Insel, das sind mehrere. Also zwei sind es beim Moment. Hier die Tränfieber Gedenkstacheln, das stand noch in den Kommentaren, da musste ich lachen. Ja genau. Oder habe ich das so gesagt in der letzten Folge? Weiss ich gar nicht mehr. Auf alle Fälle, ja hat natürlich was. So sieht es meistens bei Tränfieber aus, wenn man einen Tunnel gebaut hat. Danach auf der Erde. Oder ja, zumindest vor dem Tunnel. Gut, dann gab es noch eine weitere Idee, nämlich das Ganze mit Strassen hier zu verbinden. Das würde ich tatsächlich gerne machen. Ich habe aber als Antwort dort auch geschrieben, wir sind irgendwie noch nicht ganz fertig damit. Ja, wobei, plus minus denke ich, ist das etwa das, was ich wollte. Man könnte vielleicht die Straße tatsächlich schon machen. Jetzt gucken wir aber zuerst was anderes. Wir haben hier Nachfrage etc. Aber wir haben noch neue Energiesachen. Ich muss mal schnell gucken. Da, zum Beispiel eine Windturbine. Wir brauchen leider, wirklich fast leider schon, im Moment keinen Strom. Äh, hallo? Aha, hier wird gerade, was machen die denn da? Okay, da hat das Spiel gerade gemerkt, dass die hier hinten auch Strom haben. Obwohl zuerst im Prinzip da stand, sie hätten keinen. Also die haben. Gut, jetzt wir können uns das ja doch mal kurz ansehen. Das ist ein Steakhaus. Das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Aber hier diese Turbine. Ja, ich baue die jetzt nicht. Oder was kostet sie? Ähm, 84.000. Ne, das sparen wir uns. Weil irgendwann brauchen wir natürlich wieder Strom. Und dann haben wir hier noch Solar Power Tower. Wow, das ist ja aber ein Apparat. Okay. Ja, werden wir sicher benutzen. Danke für den Hinweis. Ähm, ich lade immer gerne wieder was runter, wenn ihr eine gute Idee habt. So, wie in diesem Falle. So, jetzt aber zuerst mal ein bisschen was von wegen Nachfrage. Würde ich vorschlagen. Und dann kommen wir nachher zur Insel. Oder, nee, wir machen es andersrum. Weil, ist ja gut, wenn wir Nachfrage haben, können wir natürlich was auf die Insel machen. Auf der anderen Seite, Industrie möchte ich ja nicht haben. Da würde ich dann doch eher hier oben was machen. Beziehungsweise, wisst ihr was? Von wegen Industrie. Wir haben doch hier unten immer noch weiteres Öl. Wo war das denn gleich nochmal? Ähm? Ne, ja, hier. Ja, hier halt. Da haben wir Öl. Dann würde ich sagen, wir machen hier mal nochmal ein bisschen Ölindustrie hin. So, wir schnappen uns das Teil. Gehen zum großen Gestrüpp über. Ziehen das mal hier runter. So, was haben wir denn da? Das ist glaube ich ein Busdepot. Also, das sollte verkraften, wenn hier noch ein bisschen nach Öl gebohrt wird. Und ich denke, das müsste mal plus minus ungefähr reichen für den Anfang. Wasser haben sie. Machen wir jetzt aber hier auch gleich mal noch. Damit dann für spätere Bauten hier auch was steht. Und dann würde ich sagen, werden wir einfach diesen Stadtteil hier entsprechend ausbauen. New Dallas. Denn da ist ja schon eingestellt, dass sie nach Öl graben sollen, pumpen sollen, machen und tun. Gerne hier am Strand auch noch ein bisschen. Okay, vielleicht hier oben noch ein bisschen. Denn wo dann nichts eingezeichnet ist, da wird natürlich auch nicht nach Öl. Was macht man denn? Nach Öl suchen? Ne, wir haben Öl gefunden. Ja, bohren halt. Gut. Da bauen sie auch schon. Wunderbar. Dann geht hier das Ganze runter. Die Wohnungen, die gehen runter. Wenn wir das hier haben. Jetzt würde ich mal sagen, ja, lasst uns eine Straße suchen. Eine Straße, die, sagen wir mal, hier rauf geht. Da hätten wir doch eine Straße. Sollen wir da was Breiteres machen? Wir werden da wahrscheinlich tatsächlich Verkehr haben. Weil wenn da Wohnungen sind, dann macht das Ganze natürlich, wie soll ich sagen, auch für das Spiel Sinn. Jetzt aber die Frage, können wir uns das leisten? Wir können natürlich dahingehend schummeln. Wenn das jetzt zu teuer wird, dann bauen wir die Insel einfach ein bisschen näher ran. So, ich gucke mal. Wenn ich dich irgendwie hier rüberziehen will. Das funktioniert schon mal gerade nicht. Wenn ich das so mache, dann funktioniert es. Und das kostet eigentlich nichts. Guck mal. 26.000. Dann würde ich sagen, wir lassen die Insel so, wie sie ist. Und machen das Teil so rüber. Zack. Einmal das Ding dahingestellt. Und dann gerne ein bisschen mit Kurfig. Dass wir da reingehen. Ne, machen wir doch nicht. Wir müssen von der Seite her kommen. Das müsste doch irgendwie funktionieren. Jawohl, jetzt. Ne, doch nicht. Was ist denn da noch im Weg? Irgendwas steht da noch. Ne, das ist nur ein Baum. Kann doch eigentlich kein Problem sein. Okay, du möchtest unbedingt hier Richtung Strand. Dann sei dir das gestattet. Was haben wir hier? Das ist der Flughafen. Da kann ich in dem Sinn nicht rein. Wir können aber natürlich von hier zum Beispiel noch eine Abfahrt machen. Das würde ich glauben. Damit wir hier nicht einfach irgendwie so einen komischen Bogen haben. Der gefällt mir irgendwie nicht so. So, Kurve. Und da rein. Und nachher hinten könnte man natürlich auch schon was machen. Das machen wir jetzt auch. Hier geht die Strasse hier lang. Später werden wir hier natürlich auch noch bauen. Deswegen machen wir das hier auch. So, hier dran vorbei. Und hier oben gerne möglichst gerade rein. Was ist das für eine Strasse? Eigentlich eine relativ schöne. Okay, cool. Haben wir das? Haben wir da gerade ein Problem? Nein, sagen wir das, als wäre da noch was. Ach, da kommt ein Flugzeug. Das können wir uns natürlich auch noch schnell angucken. Dafür haben wir unseren schönen Ego-Modus. Ja, cool. Da hinten die Skyline. Und hier die Insel. Ich würde sagen, wir düsen mal schnell hier runter. Gerne im Ego-Modus. Um mal zu gucken, wie sieht das denn von hier aus? Wenn man da auf die Insel guckt. Aha. Ja, hat doch was. Gut. Genug geguckt. Wir gehen raus. Wir bauen eine Strasse hier lang. Damit wir da Wohnungen hinstellen können. Jetzt würde ich aber vielleicht hier oben. Auf dem Hügel. Auf dieser Insel. Nicht unbedingt eine Monsterstrasse hinstellen. Wir machen das so. Dass die Strasse hier dünner wird. Und hier einfach diesen Kamm entlang düst. Und dann können wir natürlich gucken. Später noch mit Querstrasen etc. Hier geht wieder eine Brücke rüber. Die kostet ein bisschen mehr. So wie es aussieht. Ne, auch nur 12.000. Okay. Und hier 11.000. Kriegen wir die vielleicht auch noch irgendwie so in schön. Die andere geht da aber richtig schön aufwärts. Sehe ich gerade. Sonst machen wir das mit einer Kurve. Das sieht eigentlich auch cool aus. Aber ich hätte halt gerne in irgendeiner Form. Haben wir denn nicht gemordete Brücken? Huch. Was ist das denn? Die Strassenmeisterei. Haben wir eine Strassenmeisterei? Lass mich mal gucken. Doch haben wir. Eins, zwei. Mehrere. Hier hinten haben wir keine. Dann gibt das hier noch eine Strassenmeisterei. Jetzt haben die aber schon wieder keinen Strom mehr. Was ist denn mit euch los? Ähm. Haben wir denn tatsächlich zu wenig Strom? Nein. Wir haben genug Strom. Okay. Ist hier irgendwie dieser Teil nicht mit dem Teil verbunden? Kann eigentlich fast nicht sein. Kann eigentlich fast nicht sein. Weil das wäre eine Möglichkeit, dass wir einfach hier hinten zu wenig Strom haben. Hier führt eigentlich eine Leitung durch. Moment. Ich gucke mal schnell. Wenn es blau ist, ist es okay. Es ist okay. Das hängt hier dran. Und das hängt dann hier am städtischen Netz. Das ist eigentlich soweit in Ordnung. Das geht hier runter. Wir haben keine Verbindung von hier nach hier unten. Sehe ich das allen Ernstes richtig? Das sehe ich richtig. Habe ich da irgendwas mal gekappt? Das kann sein. Ähm. Wir brauchen von hier nach da eine Verbindung. Das machen wir. Also wir brauchen nicht mehr Strom. Sondern wir müssen den Strom besser verteilen. Komme ich hier irgendwie rüber? Jawohl. Das würde klappen. Dann mache ich das mal folgendermassen. Zack. Dann hier rauf. Und dann da rein. Und jetzt müsste das eigentlich funktionieren, dass die hier unten auch genug Strom haben. Wie? Das ist schon rot, das Ganze. Das heißt, die warten, glaube ich, schon länger. So. Ich glaube, das haben wir jetzt nicht zu früh gemacht. Weil irgendwann ziehen sie natürlich aus. Dann sind die Gebäude verlassen. Das wäre nicht wirklich schön. So. Jetzt haben wir das. M geht hier hinten weiter. Wir sind bei der Strasse stehen geblieben. Hier gerne wieder mit Bäumchen. Oder wir machen hier halt vielleicht sogar wieder die breitere Strasse rüber. Vielleicht gibt es dann so eine schöne. Mal gucken. Oh ja. Jetzt gibt es wieder eine coole. Okay. Gebongt. Das ist halt ein bisschen komisch. Wenn irgendwie die Brücke ist breit, die Strasse selber, die ist dann immer eher schmal. Aber ich mache jetzt primär diese Brücke so breit, damit wir eben wirklich die schöne Brücke haben. Okay. Hier rüber. Dann irgendwie hier lang. Wie gesagt, hier gibt es natürlich auch noch Querstrassen etc. Dann, damit hier wirklich vernünftig gebaut wird. Und hier vorne. Ja. Da schauen wir mal. Ja. Da gehen wir natürlich wieder rüber. Aber wir haben da die Kachel nicht. Da müssen wir dann gucken, dass wir zuerst mal die Kachel leer noch kaufen. Können wir machen. Das eilt jetzt aber definitiv nicht. Was kostet denn eine Brücke? Einfach weil es mich interessiert. Hier rüber. Auch nichts. Guckt euch das mal an. Das kostet tatsächlich einfach nichts. Sollen wir da mal noch eine Brücke reinhängen? Ich würde sagen, ja. Gerne breiter. So. Hier rüber. Und dann da oben rein. Das ist ja sensationell. Für 52.000. Gebongt. Wow. Cool. So. Jetzt hier natürlich. Was machen wir? Wir machen einerseits würde ich sagen. Ein Inselchen. Ähm. Wie soll ich sagen. Eher ein bisschen klein. Mit kleinen Häuschen etc. Und vielleicht hier drauf die ganzen Mods. Also Hochhäuser. Dass wir sowas wie eine vorgelagerte Skyline hier haben. Das wäre mal eine Idee. Ja. Kann man doch mal machen. Also. Wir schnappen uns die Häuschen. Denn die sind hier eh. Ähm. Gefragt. Wobei. Doch. Wir machen hier. Äh. Dünn besiedelt. Wir machen ja dünn besiedelt. Wenn man jetzt mal. Oder wir machen hier. Wisst ihr was? Wir machen beides. Wir machen hier dicht besiedelt. Dann gibt es Querstraßen. Und dort wird dann dünn gesiedelt sozusagen. So. Reicht das schon? Ich denke mal ja. Jetzt. Lassen wir das mal laufen. Beziehungsweise. Die möchten natürlich noch Wasser und Strom haben. Wasser ist kein Problem. Strom kriegt er auch gleich. Vielleicht. Dass wir denen doch auch noch was Unabhängiges hinstellen. Dass sie selber sozusagen ihren Strom. Kriegen. Mal gucken. Vielleicht irgendwie so ein Windrad. Wir haben ja jetzt hier irgendwie solche Sachen. Ich schau mal ganz kurz. Moment. Also Wasser müsste passen. Und Strom. Ähm. Wobei. Ja ne. Auf der anderen Seite. Hier dann irgendwie so ein Strommast drüber. Ich weiss auch nicht wie das aussieht. Wobei. Was natürlich je nachdem cool aussieht. Ist wenn man das parallel hier zur Strasse vielleicht sogar machen kann. Das würde funktionieren. Das würde doch sogar nett aussehen. Ich baue das mal. Einfach mal um zu gucken. Ja. Hat jetzt nicht die riesige Wirkung. So wie ich mir das erhofft habe. Aber irgendwie so falsch ist es glaube ich auch nicht. Weil ja. Jetzt noch mehr Strom produzieren. Wenn wir ja eh eigentlich genug Strom haben. Das fände ich auch nicht wirklich ideal. Komme ich hier nicht rüber? Ja komme ich nicht rüber. Okay. Dann gehen wir doch in Richtung Flughafen. Zack. Äh. Muss ich da über die Piste rüber? Oder ist das eine Strasse? Ne. Das ist der Flughafen. Dann machen wir das folgendermassen. Dass wir hier rüber gehen. Und da anschliessen. Okay. Dann hätten wir den Strom schon mal hier. Jetzt müssen wir mit dem Strom noch nach da. Oder warten. Bis sie halt hier irgendwie was hinstellen. Eingezeichnet haben wir hier. Moment. Ja. Eingezeichnet wäre es. Jetzt möchte ich hier natürlich auch noch. Neben den Parks haben. Da machen wir noch die Polizei und Co. Das ist ganz klar. Das kommt alles. So. Einmal so ein Teil. Jetzt sind sie draussen wieder am Rasenmähen. Gibt es doch gar nicht. Jetzt haben wir hier im Oktober. Mäht man denn im Oktober Rasen? Ja. Hier bei uns schon. Ich hoffe man hört es nicht. Im Video. Normalerweise geht es. Aber wenn sie natürlich gerade hier bei mir vom Fenster arbeiten. Dann kann es sein. Dass wir das zu hören bekommen. So. Dann wisst ihr aber warum es brummt. Das ist nicht das Video. Sondern das ist dann tatsächlich. Das nehme ich nochmal schnell weg. Das ist dann tatsächlich eben dieser olle Rasenmäher. So. Ich möchte ein bisschen weiter außen rum. Damit sie hier sozusagen in Ruhe bauen können. Und das können wir später natürlich wieder entsprechend. Abreissen. Da stehen aber schon Häuser. Also eine Nachfrage haben wir. Jetzt würde ich sagen. Jetzt machen wir hier. Ja. Nicht ein Bussystem. Das kommt dann wahrscheinlich auch noch. Sondern wir schauen mal zuerst wegen der Gesundheit. Dass wir hier irgendwie ein fettes Krankenhaus haben. Ja. Stellen wir hier oben hin. Die Querstraßen kommen dann ja noch. Dann die Feuerwehr. Ich würde sagen. Die stellen wir halt tatsächlich alle hier oben hin. Also zur Hauptstrasse hin sozusagen. Dann haben wir die Polizei hier noch. Haben wir eigentlich einen Polizeihubschrauber Depot? Ich glaube wir haben nur die Feuerwehr. Kann das sein? Ich hätte gerne mal noch die Polizei. Die machen wir mal noch hier unten hin. Machst du irgendwie was, was stört? Jawohl. Du machst ein bisschen Lärm. Dann könnten wir dich eigentlich hier schön in die Industrie reinsetzen. Zack. Zum Beispiel hier unten. Mitten in die Ölindustrie rein. Cool. Dann haben wir nämlich die Polizei hier auch. Das ändert aber nichts daran, dass wir natürlich hier oben. Was blinkt hier? Hier blinkt nichts. Dass wir hier oben noch keine Polizei haben. Strom gibt es gleich, Leute. Nur keine Hetze. Polizei wollte ich eigentlich. Wo haben wir denn die Polizei? Da ist sie doch. Im Gefängnis. Nein, nicht auf der Insel. Wobei man könnte hier hinten natürlich Alcatraz noch machen. Das haben wir mal in der früheren Staffel schon mal gemacht. So. Hier die Polizei hin. Zack. Machen wir es so. Dann einmal Strom. Hier unten rum. Da rein. Wasser haben wir, glaube ich, noch nicht so weit gezogen gehabt. Ich mache hier mal die ganze Hauptstrasse. Dann haben wir diesen Bereich sicher abgedeckt. So, bis nach da hinten. Mehr gibt es dann nachher. Okay. Und jetzt vielleicht doch die eine oder andere Querstrasse. Sie möchten tatsächlich schon Gewerbe hier. Guck mal. Machen wir doch glatt ein bisschen was an Gewerbe hin. Hier oben auch gerne dicht besiedelt das Ganze. Mal bis da hin. Und hier zurück. Da haben wir noch so ein einzelnes Dingens. Das machen wir natürlich auch noch grün. Okay. Würde passen. Und jetzt würde ich hier tatsächlich gerne zum Thema Strasse kommen. Irgendwie was Dünneres. Aber gerne auch mit Bäumchen. Wobei wäre dann fast die gleiche Strasse wie da oben. Ich weiss nicht, ob es hier viel Verkehr gibt. Wenn ja, müssen wir wahrscheinlich die Strasse tatsächlich nochmal ausbauen. So. Wenn wir jetzt von hier hier runter düsen. Geht es nicht, weil da der Strom im Weg ist. Geht das sonst? Das scheint mir zu steil zu sein. Wenn wir das so machen. So geht es. So geschwungen. Da müsste ich da nochmal kurz wegen dem Strom gucken. Das ist aber in Ordnung. So geschwungen fände ich das gar nicht schlecht. Hier haben wir so lang. Dann hier möglichst so, dass sie da eben wirklich auf beiden Seiten bauen können. Da ist wieder Strom im Weg. Ja, sonst müssen wir halt den Strom tatsächlich nochmal kurz korrigieren. Wobei das geht sogar. So, hier an dem Tal vorbei. Die Querstraßen rauf gibt es da natürlich auch noch. Jetzt komme ich hier aber interessanterweise nicht weiter. Hier ist irgendwas im Weg. Machen wir den Schlenker. Dann müsste eigentlich den Schlenker in die andere Richtung auch funktionieren. Nein, aber so rauf. Das geht dann. Aha, machen wir mal. Ne, geht doch nicht. Irgendwie, ich hätte gerne so eine Drehung. Oh, da war aber gerade eine Stelle. So wird es gehen. Dann gibt es einen Tunnel dort. Aha, auch interessant. Moment. So ist es ohne Tunnel. Wie war es mit? So wäre es mit Tunnel. Das ist doch irgendwie cool. Machen wir gleich mal. Hier runter. Und jetzt düsen wir da mal wieder rein. Und jetzt werden wir hier noch ein bisschen weiter gucken. Wie wir das hier genau bewerkstelligen. Beim Strom, wie gesagt, da gucke ich gleich nochmal nach. Ja, das wäre cool, wenn wir hier auch noch runter kommen. Warum nicht mit der Brücke? Machen wir doch glatt. Dann hier so. So. Und dann können wir überall schön was einzeichnen. So. Hier am Wasser vorbei geht es dann hier rauf. Ja. Das wäre so ungefähr mal das Layout. So wie ich mir das vorstelle. Jetzt müssen wir eben nochmal kurz gucken. Dass wir denen beim Strom nochmal kurz helfen können. Machen wir mal so. Und irgendwie. Das geht genau nicht. Wie kommen wir jetzt da rein? Na hier unten lang. Da komme ich überall nicht über die Strasse rüber. Das ist irgendwie doof. Moment. Ich muss mal kurz raus. Ich sehe gar nicht, was ich hier genau mache. Das nochmal weg. Das können wir mal lassen. Klappen wir das nochmal. Klappen wir das nochmal. Und schauen. Aber das nicht irgendwie hier so rüber gewuppt bekommen. Ne. Das geht nicht. Da ist ja gleich das Wasser. Muss ich da die Strasse nochmal zuerst kappen. Damit wir irgendwie rüber kommen mit der Strasse anders da reingehen. Wäre irgendwie schade. Aber da ist ja das Wasser nicht gleich. Das dürfte doch eigentlich gar kein grosses Problem sein. Also das geht. Und dann hier rauf geht leider nicht. Über die Strasse rüber geht nicht. Genau da wo wir den Strom brauchen würden kommen wir nicht hin. Okay. Ich kappe tatsächlich nochmal kurz. Kollege. Strasse. Hilft ja nichts. Und da müssen wir gucken, dass wir mit dem Strom entsprechend. Oder mit der Strasse entsprechend. So da reingehen. Dass wir hier die Masten nicht stören. Sonst haben wir wieder das gleiche Problem. Ja. Mal gucken. Jetzt kommt es aber bedrohlich nah hier mit ihrem Rasenmäher. Ich höre ihn doch schon brummen. So. Irgendwie müssen wir da reinkommen. Sonst machen wir es halt so. Zack. Okay. Jetzt müssen wir hier aber nochmal kurz einzeichnen. Was auch immer sie dann da hinstellen. Und hier unten. Huh. Da haben wir jetzt aber nicht allzu viele Einzeichnungsmöglichkeiten. Ah. Hier gleich gar nichts. Seht ihr das? Hier vorne ein bisschen was. Aber ich mache hier sowieso dünn besiedelt. Das dürfen so ein paar Ranger Stationen oder so was in der Richtung werden. Was auch immer ihnen einfällt. Das dürfen sie hinstellen. Blinkt da immer noch der Strom? Ihr müsstet doch jetzt Strom haben. Ich gucke gleich nochmal. Es läuft uns ja nichts davon. Überall wo wir so Felder haben. Gibt es solche Wohnungen. Das würde hier passen. So. Vor dem Tunnel. Und der Rest. Den haben wir ja noch nicht wirklich gemacht. Okay. Was passt denn hier nicht? Äh. Habe ich hier nicht gerade eine Verbindung gemacht? Oder wollte ich nur? Hä. Moment. Ja. Jetzt haben wir wieder das Problem. Hä? Habe ich den Stromdingens gekappt, als ich die Strasse gebaut habe? Ich habe doch extra noch gesagt, Herr Heisenberg. Achten Sie darauf, dass Sie jetzt mit der Strasse den Strommasten nicht wieder abreissen. Na. Äh. Ich gucke mal. Hä. Vielleicht hier unten rum. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, schau an. Das geht doch zehnmal besser. Dann können wir das hier oben nämlich alles wieder kappen. Dann war das umsonst. Moment. Man müsste es noch richtig erwischen. Äh. Ne. Den brauchen wir. Ne. Den brauchen wir nicht. Kommt auch weg. Und den hier brauchen wir auch nicht. Aber die hier hinten brauchen wir. Damit das hier noch verbunden ist. Okay. Und hier unten hoffe ich werden sie dann bauen. Jetzt würde ich hier aber ganz gerne tatsächlich nochmal irgendwie einen Park installieren. Der ist ein bisschen gross. Der passt hier nirgends hin. Vielleicht hier hinten. Hier oben passt der hin. Zack. Dann haben wir hier den Park. Strom kriegst du. Wasser folgt. So. Einmal ringsherum. Und da wieder rein. Und dann haben sie Wässerchen. Okay. Haben wir sonst noch was vergessen? Eine Schule haben wir hier natürlich keine. Das wäre natürlich auch eine Idee. Zumindest eine Grundschule. Für die weiterführende Bildung können sie ja dann... Ähm. Darüber düsen. Wir haben... Wir haben... Weniger Berechtigte als Kapazität. Das heisst wir bräuchten eigentlich städtisch gesehen keine Schule. Aber irgendwie fände ich es komisch. Wenn hier tatsächlich genau auf der Insel keine wäre. Deswegen. Zack. Gibt es da eine. Das freut die Leute ja auch immer. Wenn man so ein Teil hat. Gut. Jetzt hier hinten wie gesagt. Da kommen dann irgendwie Hochhäuser hin. Das gibt eine vorgelagerte Skyline. Ähm. Es wurde noch vorgeschlagen. Das Ganze vielleicht so zu bauen. Dass es ähm... Ja. So in sich gestaffelt. Oder wie soll man das sagen? So dass das im Prinzip hier ein Dingens hat. Hier ein Dingens. Damit eben Tsunamis im Prinzip gebrochen werden. Wenn die hier lagen wollen. Könnte man auch noch mal nicht. Jetzt würde ich aber das eigentlich bleiben lassen. Ich muss mal ganz schnell gucken. Von wegen... Ähm... Moment. Äh... Wo haben wir denn hier? Wo sind sie denn? Diese Tsunami-Warnbojen. Da. Aha. Hier haben wir welche. Hier oben. Ich mach mal hier... Auch noch. Sicherheitshalber welche hin. Vor der Insel. Nicht nach der Insel. So. Kosten die was? Ja. 4.000. Das kann man bezahlen. So. Wir müssen eigentlich zumindest gewarnt werden. Wenn hier irgendwas daherkommt. Hier hinten noch nicht. Da haben wir aber auch die Kacheln nicht. Können wir die Kacheln hier eigentlich aufs Meer raus? Doch. Die können wir kaufen. Wisst ihr was? Die kaufen wir mal. Kostet ja nicht so viel. Gehen wir wieder runter. Und jetzt können wir hier nämlich noch schnell was machen. In Sachen Wässerchen. Beziehungsweise in Sachen Schutz. Ähm... Nimm, nimm. Zack. Ja. Hier haben wir nämlich noch gar nichts. So. Ich denke da sind wir gut ausgerüstet. Ich hoffe mal die Schiffe, die kacheln da nicht rein. Sonst. Ja. Sonst sehen wir dann mal wieder so ein Dampfer untergehen. Ist ja kein Dampfer. Ist eigentlich ein Kreuzfahrtschiff. Ja. Da kommen sie in rauen Massen. Cool. Das ist aber ein Containerschiff. Das sieht aber halt schon auch cool aus. Sollen wir mal kurz einsteigen. Ohlala. Ja. Da sieht man natürlich die Insel gleich wieder. Aus einer anderen Perspektive. Fährst du jetzt gerade aus? Weil dann könnte man nämlich noch gucken, wie das da hinten aussieht. Da wo wir jetzt schon gebaut haben. Immer schön dem Schiff hier vorne folgen. Das müsste wissen, wo es lang geht. Einen Hafen könnte man hier natürlich auch noch hin machen. Dass die Schiffe hier auch noch anliegen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Wo wir doch gerade mit den Schiffchen spielen. So. Aber fast ein bisschen zu lang. Wisst ihr, was wir... Oh doch. Jetzt sieht man es aber. Ich wollte gerade umsteigen. Weil ich weiss ja auch nicht genau, wo der hinfährt. Oh. Jetzt haben sie aber doch schon was hingestellt dort. Schaut mal, wie das aussieht. Und Verkehr haben wir da auch schon. Irgendwie sehe ich da... Oder... Ne. Das ist glaube ich wieder ein Grafikfehler. Ja. Wie seht ihr das unterhalb der Häuser? Das sieht ein bisschen aus, als würden da Autos fahren. Aber ich glaube, das ist ein Grafikfehler. Wir gehen mal schnell gucken. Fahren hier Autos? Ne. Das war von der Entfernung gesehen ein Grafikfehler. Wie gesagt. Hier haben wir kein Wasser. Das ist nicht ein Grafikfehler. Sondern ein Baufehler. Sozusagen. So. Jetzt habt ihr Wasser. Gut. Strom habt ihr sowieso. Und hier ist das schon zusammengewachsen. Nein. Dann lassen wir das für den Moment. Wobei. Doch. Doch. Das ist glaube ich zusammengewachsen. Das müsste eigentlich sogar jetzt schon ohne diese Teile funktionieren. Wir lassen es aber mal. Wir reissen die am Schluss ab. Wenn wirklich das Ganze hier zusammenhängt. So. Lasst uns doch mal noch kurz hier einsteigen. Wenn der hier auf die Insel fährt. Wie sieht das denn so aus? Ja. Gebaut wird auch. Sehr schön. Oh ja. Das sieht tatsächlich. Ja. Doch schon relativ cool aus. Ist kein IT Cluster. Ist klar. Den könnten wir eben auf die andere Insel stellen. Theoretisch. Aber das ist doch eigentlich schon relativ nett. Haben wir denn jetzt auch genug Zufahrtsstrassen zu den Bereichen unterhalb. Wobei. Wenn da natürlich nicht wirklich gebaut werden kann. Fragt sich. Wofür wir da eine Strasse brauchen. Also hier auf der linken Seite unten. Oh. Ja. Hält an und dreht. Okay. Wir steigen mal wieder aus. Cool. Gefällt mir. Wobei. Ja. Schaut mal. Jetzt haben sie ja doch auch schon. Das ist eigentlich genau was ich wollte. Dass sie hier halt. Kleine Häuschen etc. Hinstellen. Ja. Das ist wunderbar. Das lassen wir so. Dann macht es doch noch Sinn wenn man hier lang fährt. Hier unten ist es dann eher fraglich. Da haben wir halt gar nichts eingezeichnet. Aber dann ist das ja eine Strasse wo man ausweichen kann. Wenn das hier oben im Prinzip haben wir nicht. Moment. Ich gucke mal ganz schnell was. Einbahnstraßen. Dann könnte man natürlich machen dass man da in die Richtung fährt und hier zurück. Das wäre doch eine Idee. Fahrzeugbeschränkungen. Ja. Da müsste man das Ganze wieder ein bisschen genauer kennen. Kreuzung. Zeit gesteuert. Vorfahrt. Ne. Vorfahrt bringt gar nichts. Verkehr löschen. Nein. Deespawn. Nein. Fahrspurverbinder. Nein. Richtungspfeile. Ja. Das bringt in dem Sinn auch nichts. Manuelle Ampeln. Und die Ampeln setzen. Beziehungsweise wegnehmen. Nein. Schade. Kann man irgendwie. Wir haben ja. Was erzähle ich denn? Wir haben doch hier Einbahnstraßen. Wir sind ja nicht bei Transportfieber Herr Eisenberg. Sogar mit Bäumchen. Na dann machen wir das doch so. Ist ja eigentlich ganz einfach. Da brauchen wir keine Schilder und keine Mods dafür. So. Sondern das geht in die Richtung hier. Da macht nämlich die Strasse da unten eben doch noch Sinn. Warum kann ich da nicht? Ich habe da schon. Aha. So. Und hier geht es eben in die andere Richtung. Wenn wir hier runter düsen. Ja. Das ist doch cool. Weil dann müsste das. Ne. Das ist aber die falsche Richtung. Moment. Müssen wir nochmal ändern. Weil dann macht eben die Strasse doch auch Sinn. So. Stimmt das? Nein. Stimmt nicht. Da machen wir halt links klick, rechts klick. Das könnte man auch irgendwie anders lösen. Ich bin überzeugt. Aber ich mache es jetzt so. Weil ich mache es gerade so. So. Könnte man auch am Schluss einfach nochmal ändern. Ist ganz klar. So. Hier der letzte Bereich. Also hier rauf. Darunter. Ja. Finde ich eigentlich gut hier. Mit den Dingens. Mit dieser Einbahnstrasse. Damit die Strasse da eben auch genutzt wird. Macht wesentlich mehr Sinn. So. Und das sieht man schon. Da wird es auch genutzt. Da steige ich gerne nochmal ein. Können wir nochmal gucken. Viel sieht man hier unten halt nicht. Weil das ist tatsächlich einfach eine Strasse. Ja. Um den Verkehr zu entlasten. Das müsste jetzt aber da vorne eigentlich über die Brücke gehen. Sehe ich das richtig? Wenn wir dann da vorne angekommen sind. Ja. Ich sehe die Brücke sogar schon. Da ist sie doch. So. Musste schnell niesen. Sorry. Und natürlich nochmal. So. Hier wieder rauf. Und schwungvoll hier rüber. Und hier in die Innenstadt rein. Und dann sehen wir die nämlich auch nochmal. Gut liebe Freunde. Haben wir einiges gemacht in der Folge würde ich sagen. Die Insel lebt. Ich hoffe mal. Ja. Wir kommen in der nächsten Folge dazu. Dass wir die Mods auf die andere Insel stellen können. Dann haben wir da nämlich noch eine weitere Skyline. Danke fürs Zusehen. Hoffe hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis denne. Tschüss. Musik Tschüss. 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 Tschüss.